Ahoi und hallo, zurück zu Downstaff. Ja, ich muss mich vorab entschuldigen, dass der Part 2 von unserem ersten Teil ist auf mysteriöse Weise verschwunden. Also, musste ich, habe ich mir überlegt, fangen wir einfach nochmal neu an. Nochmal richtig und dann versuchen wir das nochmal auf die Reihe zu kriegen. So, also jetzt am Anfang, alles wieder neu gestartet, alles wie beim alten gewesen. Ich habe nichts verändert und, ja, fangen wir mal an, wieder was zu bauen. So, mal ein paar Gräser mitnehmen. Gras, 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 Gras. So, ja, ich würde sagen, dann fangen wir an, gleich mal unser Lagerfeuer zu errichten. Um für die Nacht gewappnet zu sein. Aber diesmal werden wir gleich ein größeres mit Steinen bei uns. Ist einfach besser, hält sich besser, brennt besser. Und ich glaube, wir haben böse Nachbarn, schon wieder. Haben es aber auch so mit den Nachbarn. Also, Forrest jagen uns nackt. Im ersten Part von Downstaff, irgendwelche einäugigen Vögel. Und hier habe ich gerade Schweinkunzen gehört. Ich glaube, die waren jetzt hier, was ich gerade gesehen habe. Ja. Ja, ja, ja. Gut, dann werden wir die schon mal meiden. Schauen uns mal hier drüben um. Wir werden uns mal schnell eine Axt bauen. So. Und dann mal schnell Holz sammeln. Und dann geht es weiter. Oh, was ist denn das? Ist da eine Waffe? Da oben. Oh, was? Bist du lieb? Bist du lieb? Bist du lieb? Bist du Freund oder Feind? Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Okay, scheint lieb zu sein. Dann werden wir erstmal... Kothaufen mitnehmen. Nimm mit. Jawoll. Wir sind lieb, wir tun dir nichts. Wenn du uns auch nichts tust. Seid du tust uns was, dann bist du tot. Oh, es wird langsam dunkel. Wir müssten uns beeilen. Oh, 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 oh. Ich glaube, sie werden langsam... Böse. So, ein bisschen Graf mitnehmen. Krass. Wir bräuchten so langsam aber sicher mal... Okay. Eine Stelle, wo wir unser Lagerfeuer aufschlagen können. Können wir nicht das gleich nehmen? Können wir... Was ist das? Okay. Ja. Keine Ahnung, was das ist. Wir brauchen Holz, Holz, Holz. Oh, Gewitter. Das ist gar nicht gut. Wir werden nass. Und hungrig werden wir auch schon. Und Geistestusche hat eben auch schon etwas ab. Oh nein, das ist kein guter One. Kein guter One. Da sind wir das Gras. Und nimm dieses Gras. Und nimm dieses Gras. Wenn ihr dabei bist, überhaupt gleich dieses Gras. Oh. Oha. Wir sind mitten in einer Wüste. Ja. Scheint aber schon wieder... Ja. Oh Gott sei Dank. Holz. Oha. Ja, das Gewitter kommt ziemlich nah. Hacke ist ab. So, das, 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 das. Nimm es mit. So. Würde ich sagen... Bauen wir... Schlagen wir hier mal unser Lager auf. Brauchen Steine. Steine, Steine, Steine. Wo kriegen wir jetzt Steine her? Gucken wir mal auf unserer Karte. Hm. Ja. Wollde ich sagen, die werden wir erstmal hier ab. Und wir nutzen uns noch weiter Holz. Das wird die Nacht erstmal mit einem kleinen Lagerfeuer überstehen können. Ah, nimm doch mal auf. H2O. Oh, Wasser. Oh, geht kaputt. Hack, 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 hack. Was ist denn los? Ganz viel Holz. Oha, langsam wird es echt dunkel. Nein. Nein, jetzt ist unsere Axt kaputt. Geh mal ein bisschen in den Wald rein, dann sind wir ein bisschen geschützt. Hoffe ich mal. Ein paar Pilze. Hier ist ein Weg. Gut, dann lass uns... Lass uns mal am Wegesrand parken. Wieso geht das denn nicht? Ach, da. Ach, da. So. Haben wir erstmal ein kleines Licht. Und das geht auch nicht. Mann, man, man. Können auch gar nichts bauen. Hm. Könnten uns... Ja, machen wir das mal ein Hemd. Kleines so. Ein bisschen geschützt. Ja. Wir können ja in der Zeit das mal unterhalten. Nein. Ich wollte essen kochen. Wo ist... Geht das? Nein. Geht das? Kochen, ja. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. So, erstmal essen vorbereiten. Wenn wir eh nicht so viel machen können. Ich soll noch Feuer erhöhen. Baumstamm auch noch. So. Was ist denn das? Was können wir denn damit machen? Wenn ihr wisst, was man damit machen kann mit diesem Objekt, dann schreibt es mal bitte in den Comments, denn ich habe gerade keine Ahnung, was ich damit machen kann. Oh. Ah, den haben wir schon. Oha. Unser Feuer geht langsam aus. Wir müssen definitiv am nächsten Tag Steine holen. Hier. Und hier noch ein paar Äste mitnehmen. Gleich ist es Tag und dann erstmal. Formen wir hierfür. Flint suchen. Flint. Rocks. Für Hammer. Okay. Na los. Na Tag. Werde hell, werde hell. Wee. Wee. Wir gehen nur schnell. Wee. Wee. Und. So. Jetzt und weiter. Was ist das? Pflanze. Los Leute, wir brauchen Flint. Wir brauchen Flint. Schweinchen, du bist bestimmt lieb, oder? Du magst mich doch. Du bist doch frisch aus Amnesia gekrabbelt. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Lass mich. Schöner Weg. Wo führt der uns nur hin? Geh weg, oh. Ich puste euer Haus um. Ich hab doch nichts dagegen mit mir abgehanklau, oah. Danke. Oh, ein Drutal. Oha. Karüten, karüten, karüten. Ach, unsere Freunde haben nichts dagegen, wir haben auch ein bisschen was mitnehmen. Die wollten das so, das ist, das ist so gewollt, finde ich. Ja, ja. Ah, Spinneneier. Ah, Spinnen. Geh weg. Ja, Schwein, beschütz mich. Sonst puste ich dein Haus um. Oha. So, das ist jetzt mal. Da kann man nichts machen, okay. So, schnell weiter. Nur Steine. Auch keine Flins. Gefällt mir gerade überhaupt nicht. Können nix bauen. Ah, wirklich klar, nix können wir bauen. Ah, Spinnen. Mann, 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 das ist ja echt gar nix. Das ist ein Pilz. Oh, wir haben Hunger, wir haben Hunger, wir müssen was essen. Ähm. Röstliche, Karotten. Kartoffeln, keine Kartoffeln. Ah, ah. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Du bist hässlich. Ah, noch mehr. Von deiner Sippe. Können wir noch so ein Map aufmachen? Ja. Wir finden echt gar nix. Das ist gerade richtig mies. Du lauf, find doch mal was. Oh, was ist das? Böser Baum, ich hoffe, du tust mir nix. Ich hoffe, du lässt mich in Ruhe. Wo sind wir hier auf irgendeiner Insel? Vogel weg. Das ist Mistvieh. Bären, Bären. Folgen wir mal dem Weg weiter. Da, 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 jawohl. Sehr nice. Und jetzt bitte noch mehr davon, so 400, danke. Jetzt, jetzt kommen sie. Jetzt, wo nach, wo ist Korb. Das ist ja noch, da, 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 da. Oh Gott, der tut dann. Das ist ja auch so. Geh weg, geh weg, geh weg. Lass mich, lass mich. das hausbau kennt weiß wie böse truhte sein können nein jetzt regnet das schon wieder oh gott das hätte unser ende sein können unser ende ja ich habe brauchen schutz weiß beide nicht so wasser und ich möchte so gerne das milch so was nicht gemeint so was nicht gemeint in der rinde rinde ok was was ist das was ist das lagerfeuer wo bist du lagerfeuer mein lager war hier nicht unser lagerfeuer nein unser lagerfeuer ausblick kann man hier schutz suchen dann stelle ich doch unter diesem baum warum geht das nicht ah man so krass noch mal krass da kommen wir uns einen kleinen strom bauen war nicht ganz so nass es sieht mehr sehr gut sehr gut ja das habe ich gesehen das ist eine pinjus ah felsen 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 kleine rocks kleine rocks oha wir brauchen eine fackel ein großes lagerfeuer wäre jetzt besser und schöner aber so man kann ja nicht alles haben wir brauchen definitiv feuer, feuer, feuer kleine kann man natürlich nicht abbauen müssen wir jetzt hier warten bis tag ist denn hier alles nichts aber wir können jetzt die spitze steine 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 ja wohl ja wo machen wir den hin die essen na nimm die doch auf mensch ist das zeug so 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 eine neue maschine dann bauen wir gleich mal hin bleiben wir jetzt einfach hier und fertig neuer 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 einen ruhsack einen ruhsack neuer Gott seilad dann machen wir hier erstmal einen kleinen schnitten sehen uns nächsten mit der nächsten Fahrt von Don't Stay Off.